Schönen guten Abend zusammen. Ich darf alle begrüßen zur Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen RB Leipzig, Endstand 1 zu 0 für die Gäste. Gratulation. Marco darf die beiden Trainer begrüßen und würde dich ganz gerne direkt um dein Fazit bitten. Ja, also das erwartet ein schwieriges Spiel. Es war klar, dass es ein anderes Spiel wird als am Mittwoch. Er hat der WC sehr gut organisiert, gut gegen den Ball. Schwer Räume zu finden, schwer Lücken zu finden. Wir haben ein paar Ansätze gehabt in der ersten Halbzeit, die ordentlich waren, wo wir dann auch mal tief gekommen sind, haben da aber insgesamt ein Stück weit auch phasenweise zu inkonsequent agiert, nicht gut genug nachgerückt, die Box nicht gut besetzt. Ja, vielleicht dann noch mal wieder Tempo rausgenommen. Das sind natürlich genau die Dinge, die es dann braucht, um dort so richtig torgefährlich zu werden. Wir waren sehr spielbestimmt, haben dann kurz vor der Pause das Tor gemacht. Standardsituation, das ist das, was du dann manchmal brauchst, auch in so einem Spiel. In der zweiten Halbzeit war dann klar, dass wir mehr Räume bekommen, dass Hertha natürlich auch alles probiert und aufmacht. Trotzdem haben wir die Kontesituation, die wir hatten, nicht so gut zu Ende gespielt, wie wir das uns dann auch gewünscht hätten und dementsprechend blieb es lange offen. Hertha hat dann noch mal alles probiert, auch noch mal Druck aufgebaut, hinten raus. Ein hart erarbeiteter Sieg gegen ein gutes Hertha BSC, wie ich finde, der natürlich sehr wichtig für uns ist in unserer Situation. Berlin wünsche ich natürlich alles Gute für die nächsten Aufgaben, für die nächsten Wochen. Aber wenn man sieht, wie die Mannschaft auftritt und auch das Gefühl, Publikum, Mannschaft, was man dann im Stadion spürt, dann bin ich da sehr optimistisch für euch. Dankeschön. Marco, vielen Dank. Sandro, wie ordnest du Spiele und Ergebnisse ein? Ja, hallo zusammen. Glückwunsch, Marco, für den Sieg. Ich finde, dass wir eine sehr gute kämpferische Leistung absolviert haben, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich finde, dass wir erste Halbzeit auch in der Arbeit gegen den Ball in der taktischen Disziplin sehr ordentlich waren, Leipzig mehr Kontrolle hatte. Logischerweise dann auch die eine oder andere Situation, das, was Marco schon gesagt hatte, mit dem Tiefgang, wo sie jetzt aber nicht große, zwingende Torchancen hatten. Dann ist ärgerlich, wie wir das Gegentor kassieren. Zweite Halbzeit noch mal alles versucht, dass es dann etwas wilder wird. Das Spiel ist völlig normal dann auch, dass Leipzig dann auch die eine oder andere Umschaltsituation hatte, um eventuell dann auch das zweite Tor zu machen. Das musst du dann einfach in Kauf nehmen gegen diese Qualität. Aber ich finde, dass wir bis zum Schluss immer am Ergebnis gerungen haben, wirklich viel investiert haben und deswegen ist es sehr ärgerlich dann heute, dass wir auf diese Art und Weise das Spiel verloren haben. Dankeschön. Sandro, vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir an bei der Berliner Morgenpost und Inga Bötteling mit. Sandro, Dennis Aytekin hat in der Mixzone gerade erklärt, wie die Entscheidung zum Gegentor zustande gekommen ist. Er hat gesagt, er hat kein V-Spiel erkannt, es sei einfach schlecht verteidigt gewesen. Wie hast du die Situation gesehen? Wir haben gesehen, du hast sehr viel mit ihm diskutiert, gesprochen. Ich finde, das Tor kann es zu geben. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich finde, er hat die Spielsituation nicht gesehen. Da kann mir einer erzählen, was er will. Er hat die Spielsituation nicht gesehen. Der Ball liegt im Netz. Er zeigt doch nicht mal auf den Punkt, dass das Tor gefallen ist. Sondern der Ball liegt. Leipziger Spieler logischerweise jubeln und gefühlt, keine Ahnung, 15 Sekunden weiß keiner Bescheid, was ist. Und ich finde, das ist vielmehr, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass er diese Spielsituation nicht gesehen hat. Und deswegen fand ich, dass er dort in dieser Aktion nicht überzeugend dort gehandelt hat. Und ich sage nicht richtig oder falsch, sondern in dieser Aktion. Und das war das, wo ich mich auch dann zu emotional, keine Frage, zu emotional dann auch im Verlauf des Spiels darüber aufgeregt habe. Aber diese Spielsituation kann er hinterher erklären. Aber niemals, niemals in diesem Moment hat er das so interpretiert. Auf keinen Fall. Ihr könnt euch die Bilder angucken. Er hat nicht direkt auf den Punkt gezeigt, dass das Tor für ihn sonnenklar ist. Deswegen, das war das, wie ich das interpretiert habe. Und das siehst du auch an den Bildern ganz klar. Wo geht es weiter? Dann gehen wir bitte einmal in die erste Reihe zu Thomas Flemer und der DBA. Muss ich willkommen? Sekunde. Entschuldigung, das erste Mal. Wie wichtig, Herr Rose, ist es für Sie, jetzt wieder auf einem Champions-League-Platz zu stehen? Ja, da wollen wir hin. Und das zeigt, dass wir auf einem ganz anständigen Weg sind. Aber ich würde ganz gerne am 34. Spieltag dort stehen. Dementsprechend war uns auch in den letzten Wochen immer klar, dass das nicht heute oder letzte Woche oder nächste Woche entschieden wird. Sondern wir gehen jetzt einfach in entscheidende Wochen. Dafür war der Sieg heute gut und wichtig. Und jetzt ist einfach die Aufgabe, dran zu bleiben. Wir haben jetzt noch sieben Spiele, denke ich, und haben noch ein paar spannende Aufgaben vor uns. Wir kommen aus einer Phase, die uns ja vor einer Woche noch darüber hat reden lassen, ob wir so weitermachen können und wie es überhaupt weitergehen soll. Und zwei Spiele später möchte ich auf gar keinen Fall, dass wir anfangen, jetzt auch vielleicht diese Phase zu vergessen, in der es uns nicht ganz so gut ging, aus der wir uns rausgearbeitet haben. Sondern ich möchte, dass wir genau mit der Schärfe, wie wir gegen Dortmund, mit dem Willen auch, wie wir heute gegen, und das hat Sandro ja gesagt, gegen einen schwierigen Gegner, der alles reingeworfen hat, der kompakt, fleißig, inhaltlich gut gearbeitet hat, dass wir uns den Sieg hier erarbeitet haben, ist es wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir an den Ketten ziehen weiter, dass wir gut arbeiten, nachdem wir jetzt mal ein bisschen durchschnaufen, über Ostern und dann geht es komplett in den Endspurt. Dann gehen wir bitte einmal in die zweite Reihe. Marco, kannst du noch was zu Morsi Makan sagen? Er hing wieder bei dem Tor mit drin, schon am Mittwoch Tor vorbereitet, hatte ja eine starke Hinrunde, war dann aber ein bisschen raus und kommt jetzt wieder ganz stark wieder. Wie siehst du ihn aktuell? Genau so wie du. Er kommt ganz stark. Er spielt gut. Er hat letzte Woche als Innenverteidiger das Tor vorbereitet, war heute wieder sehr griffig in Zweikämpfen, war beim Standard, beim Tor mit dabei, hat ein paar Angriffe dann auch wieder mit sehr offensiv eingeleitet als rechter Innenverteidiger. Ja, eine Zeit lang war es einfach eine Frage der Grundordnung und der Form von Benni natürlich dann auch. Aber es ist schön zu sehen, dass er dran geblieben ist und dass er sich jetzt wieder in eine Position gebracht hat, wo ich nicht an ihm vorbeikomme. So muss das sein. Dann gehen wir einmal zur Süddeutschen Zeitung bitte, zu Javier Caceres und dann gehen wir eine Reihe weiter. Eine Frage an Herrn Schwarz. Wir erleben ja relativ, oder mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass Schiedsrichter kritisiert werden auch von Tränen. Jetzt hat Herr Altikhin gesagt, in der Szene sei schlecht verteidigt worden. Zum einen die Frage, wie empfinden Sie das, dass ein Schiedsrichter sich über so etwas äußert? Und zweitens hat er recht. Ich finde, dass wir es hätten besser verteidigen können, keine Frage. Aber nochmal, ich bleibe dabei. Ich sage, wenn er diese Spielsituation zu 100 Prozent sieht, dann bin ich der tiefen Überzeugung, dass es wie in der Vergangenheit oftmals der Fall ist, wenn ein Torwart angegangen ist, dass er pfeift. Er zeigt danach nicht direkt auf den Punkt. Ich sage, er hat die Spielsituation gar nicht interpretiert richtig und gar nicht gesehen. Dabei bleibe ich. Und das ist ärgerlich. Nochmal, wir hätten es besser verteidigen können. Und dass ein Schiedsrichter dann sagt, wir hätten besser uns anstellen sollen, muss er beantworten, warum er solche Aussagen dann trifft. Dann gehen wir mit der eine Reihe weiter zur Leipziger Volkszeitung. Brinko kommt von der anderen Seite. Ja, hallo zusammen. Frage an den Rose. Neues oder altbekanntes Zentrum mit Dudu, Haidara und Kevin Kampel. Die beiden kennen sich auch schon länger, aber so in der Form jetzt neu, sage ich mal. Wie hat es Ihnen gefallen, das Zusammenspiel? Gut, finde ich. Die beiden haben das sehr ordentlich gemacht. Kefko hat heute dann in der ersten Halbzeit die etwas offensivere Rolle ausgeführt. Man hat das ja Dudu dann auch nicht immer so zugetraut, diese alleinige Sechs. Aber ich finde, Dudu ist in einer guten Verfassung und hat es auch heute wieder sehr, sehr gut gemacht. Sowohl gegen als auch mit dem Ball. Es ging heute auch gar nicht anders. Conny saß heute auf der Bank, aber war nicht einsatzfähig. Hat heute beim Warm-up probiert. Also wir wussten schon, dass er nicht anfängt, aber beim Warm-up hat er dann auch gesagt, das macht keinen Sinn. Und dementsprechend sind wir froh, dass die beiden das dann auch so gespielt haben. Gibt es da weitere Fragen? Dann gehen wir bitte einmal zur Bild-Zeitung und Paul Gorgers. Sandro, nochmal zum Gegentor jetzt unabhängig von der Schiedsrichterentscheidung. Prinz Boateng hat gerade davon gesprochen, dass ihr wacher sein müsst, euch mehr pushen müsst in solchen Situationen, weil es wieder ein Standard-Gegentor war. Ist es nur das oder steckt da noch mehr dahinter? Und wie kann man das jetzt abstellen im Saison-Endsport, wo das wirklich Punkte kostet und euch da unten drin hält? Auch das nicht grundsätzlich werden. Ich finde, es stimmt, was die Daten auch sagen, dass du das eine oder andere Standard-Gegentor zu viel bekommen hast. Aber das, was heute in dieser Situation passiert ist, das hat jetzt wenig damit zu tun, sondern das ist dann was Individuelles gewesen in dieser Situation. Dennoch finde ich, dass wir über weite Strecken, auch schon in Freiburg, in Freiburg brutale Qualität, was ihre Standards offensiv angeht, dass wir das schon auch sehr, sehr gut wegverteidigt haben. Und da gilt es, dran zu bleiben. Heute hat wenig damit zu tun jetzt, wie die Zuordnung ist, Raumdeckung, all das, sondern das ist was Individuelles. Nochmal, Schiedsrichter bin ich überzeugt davon, auch wenn ich mich wiederhole, sieht die Spielsituation nicht, zeigt nicht direkt aufs Tor. Und das ist das, hat jetzt wenig damit zu tun mit den Standard-Gegentoren, die wir in dieser Saison schon kassiert haben. Dann bleiben wir bei der Bild, Yvonne Gabriel. Marco, Christo in Kunku, wenn alles gut läuft, bekommst du ihn ja nächstes Wochenende zurück. Du hast gesagt, du wirst vor dem Spiel mit ihm sprechen. Wie ist das gelaufen? Musstest du ihn sehr bremsen? Hat er von sich aus gesagt, lieber kein Risiko eingehen? Also was hat zu der Entscheidung geführt, dass er nicht dabei war? Du hattest ja gesagt, nur ein Mannschaftstraining mitgemacht. Aber auch so, wie lief das Gespräch? Wir haben es gemeinschaftlich entschieden. Also er war dann auch der Meinung, dass es Sinn macht, lieber dann auch nochmal ein gutes Training zu bekommen. Nächste Woche eine komplette Woche mit der Mannschaft zu arbeiten. Und war da sehr ehrlich. Und das hat mir dann auch natürlich ein gutes Gefühl gegeben, auch wenn wir ihn heute wieder vermisst haben, dass wir gemeinschaftlich die richtige Entscheidung getroffen haben. Genauso wie bei Dani und dann auch bei Conny am heutigen Tag. Dann gehen wir bitte nochmal zu Paul Gorgers, Bild BZ. Sandro, nochmal Zitatgeber. Prinz Boat Hengen hat gesagt, nach vorne hat euch der Mut gefehlt im Spiel nach vorne. Auch da wieder die Frage, war es nur der Mut oder was hat euch heute gehemmt? Was hat dazu geführt, dass euch das schwer getan hat heute? Also wir können auch über die Dinge sagen, reden jetzt, die sehr, sehr gut waren, über weite Strecken gegen Top-Gegner mit ihrer Qualität. Und es stimmt, dass wir im letzten Drittel, dass wir dort hätten noch konsequenter sein können. Aber da spielt dann auch die Qualität des Gegners auch eine Rolle. Und in der einen oder anderen Situation, gradliniger spielen, vertikal reinspielen, mehr Tiefe noch zu suchen, um bessere Umschaltsituationen zu generieren. Aber ich finde, nochmal, das, was die Jungs abgerufen haben, bleibt dabei, gegen einen sehr, sehr guten Gegner, die drei Tage vorher Dortmund keine Chance lassen, keine Chance lassen, finde ich, dass wir bis zum Schluss um Ergebnis gerungen haben, aufgrund einer kämpferischen Leistung. Und ja, das wäre klar, wenn du drei Punkte holen willst, dann fehlt so der letzte Pass, die Präzision, Torschuss, die du hattest, die Situation, Suat kurz vor Schluss die Möglichkeit, da hättest du einen Lucky Punch setzen können, dann zumindest mal einen Punkt hier zu behalten. Gibt es noch weitere Fragen? Guckt nochmal die Runde, ist nicht mehr der Fall. Dann herzlichen Dank an die beiden Trainer, vielen Dank für die Fragen, schönes Osterwochenende, bleibt gesund, hao he.